Ja, das Virus, das wartet 15 Minuten, vorher fühlt er sich nicht wohl, dann ist er nicht geil, dann ist er nicht happy, vorher springt er nicht über, oder wie sieht das aus? Ich kann mich doch auch mittags um 1 Uhr komplett volllaufen lassen und mich anstecken. Was hat denn die Uhrzeit damit zu tun? Hey, ich bin Corona von nebenan. Wenn du dich mittags besäufst, dann passiert dir gar nichts. Du säufst dich um 23 Uhr, dann bin ich geil, dann komme ich, dann mache ich dich fertig. Oh, guten Tag, meine Freunde. Es ist richtig dunkel, es ist sogar ein bisschen am Regnen, also ab und zu werde ich die Linse mal abwischen müssen. Heute ist ein Tag vor Halloween, also wir haben einen Freitag, den 30. Ich habe gerade nochmal eben die paar Häuser abgeklappert und nochmal jetzt so quasi im Dunkeln geschaut. Habe nochmal eben ein paar Fotos gemacht, aber jetzt auch nur mit der GoPro. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust gehabt, nochmal eben die Nikon mit Rucksack und alles. War jetzt auch ganz spontan. Eigentlich sollte es nicht regnen und hat vorhin noch nicht geregnet, aber ein paar Tropfen kommen jetzt runter. Und das andere Ding, jetzt ist fast ganz dunkel. Im letzten Halloween-Video zum Schluss war es auch fast so wie jetzt. Aber jetzt dachte ich mir, jetzt machst du mal wirklich einen Nachtvlog, sage ich jetzt mal. Was heißt Nacht? Wir haben, ja, ich habe die Uhr noch gar nicht richtig umgestellt. Ja, wir haben jetzt 6 Uhr und die Sonne ist ja schon weg. Und ich bin mal gespannt, wie das Videomaterial wird bei kaum Licht mit den Einstellungen, die ich da vorgenommen habe. Ja, sind ja jetzt ziemliche Scheiß-Nachrichten wegen Corona, dieser Lockdown-Light oder wie sie den angeblich nennen. Habt ihr sie noch alle? Totaler Mist in meinen Augen, dass genau die Sachen geschlossen werden müssen, wo sich nie einer infiziert hat. Sprich Restaurants und überhaupt die ganze Gastronomie und Hotels, wo eigentlich sowieso, wo immer die ganzen Hygienerichtlinien eingehalten werden und da sowieso alles registriert ist und da nie irgendwas passiert ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt werden so viele, gerade auch kleinere Gastronomiebetriebe kaputt gehen. Und ich finde das ehrlich gesagt verantwortungslos von unserer Politik, die Sache so durchzuziehen, so quasi von heute auf morgen. Genauso wie Tattoo-Studios. Jetzt muss unser Tattoo-Studio hier in Rheinberg, ja jedes Tattoo-Studio, einfach mal einen ganzen Monat dicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Tattoo-Studio so viel Rücklagen hat, um jetzt einen zweiten Lockdown zu überstehen. Und wer weiß, wie diese Auszahlung dieser, sollen ja bis zu 70 oder 75 Prozent vom Staat, sollen ja solche Betriebe, die betroffen sind, angeblich erhalten. Aber ich sehe da schon genau den gleichen Käse wie Anfang des Jahres, da wurde sowas ja auch gesagt. Und da haben dann so viele das in Anspruch genommen. Erstens, die gar keinen Anspruch darauf haben. Und zweitens war halt auch nur begrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung. Und wirklich viele, die darauf angewiesen waren, haben es dann nicht mehr gekriegt, weil der Pott leer war. Ja, und ich glaube, dass genau so ein Scheiß jetzt wieder passieren wird. Ja, ich hoffe natürlich, dass das dann nach der Zeit jetzt erledigt ist. Und ich appelliere auch ganz ehrlich an euch, haltet euch doch so gut wie möglich an den vorgegebenen Regeln, damit wir doch Weihnachten mit unserer Familie zusammen feiern können. Genau, hier beste Beispiel. Wieso darf ein Friseur aufhaben? Der Friseur kommt mir sowas von nahe, gerade wenn ich auch meinen Bart schneiden lasse. Man, ich finde es gut, dass er aufhat, dann kann ich da immer noch hingehen. Aber das finde ich verantwortungslos. Solche Sachen wie Gastronomie oder zum Beispiel Tattoo Studios, die sind hygienisch so gut aufgestellt, die müssen dann einfach mal schließen, obwohl da überhaupt gar keine Gefahr besteht. Also die Gefahr sowas von gering ist, sich da anzustecken oder irgendwie, ne? Genauso wie im Gastronomiebereich. Ich sag mal so bei Konzerten und sowas. Das kann ich alles noch irgendwo verstehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob überhaupt irgendwo ein Konzert stattgefunden hat seit Anfang des Jahres. Kinos, ja okay. Und Theater und all so ein Kram. Das kann ich alles irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen. Das andere Ding, es wird auch, ich weiß nicht wie vielfach mehr, aber es wird extrem viel mehr getestet als Anfang des Jahres, als der erste Lockdown kam. Dann ist doch ganz klar, dass jetzt auch viel mehr Fälle positiv getestet werden. Und ich glaube, die Zahlen, die die da sowieso von sich preisgeben, davon glaube ich nicht mal 1%. Dass Corona da ist, das wissen wir alle. Und ich habe ja auch einige bei mir im Bekanntenkreis und Arbeitskollegen und so, die gerade positiv getestet werden. Aber ich sage jetzt mal so, eine starke Grippe oder Influenza, da kannst du genauso hops von gehen. Ja gut, der Nachteil ist, keiner weiß, wie sich Corona immer weiter mutiert und was daraus noch werden kann. Das kann ich alles irgendwo verstehen. Aber ich finde, man sollte jetzt trotzdem nicht übertreiben und solche Bereiche schließen, die sowas von absolut über-safe sind und überregistriert mit den ganzen Gästen und Personenzahl. Das Einzige, was die bekämpfen, ist die Wirtschaft in Deutschland und nicht das Virus. Ich glaube, damit stehe ich mit Sicherheit nicht alleine da mit meiner Meinung. Ach so, der macht ja Palawa, wenn der blinkt. Wie geil, ist der Roller denn? Ich habe Glück, dass ich, ich würde schon, ich glaube sogar, dass das weltführender Süßwarenhersteller ist in seinem Bereich. Das ist natürlich große Industrie und Gott sei Dank bleiben ja die ganzen Einkaufsmöglichkeiten ja offen. Ich glaube, da gibt es aber wohl auch neue Regelungen, dürfen nur noch so und so viele Leute rein. Es wird halt Süßigkeit trotzdem weiterhin gekauft. Da habe ich dann schon mehr oder weniger Glück. Auch bei uns ist es nicht ganz vorbeigegangen. Man hat das ganz stark gemerkt, gerade auch als die Grenzen dann Anfang des Jahres dicht gemacht worden sind und nichts mehr, auch aus dem Ausland, keine Bestellungen mehr kamen. Wir liefern ja an die ganze Welt. Das hat sich bis jetzt auch immer noch bemerkbar gemacht. Ja, klar, die Auftragslage ist auch wieder gestiegen. Das wird aber jetzt kurz vor Weihnachten wieder runtergehen, denn dann ist ja immer so Schokolade in. Trotz alledem bin ich davor erst noch was sicherer als so der manch andere. So kleine Läden werden jetzt kaputt gehen und Restaurants, wo man eigentlich hingeht zum Essen, wo auch ein bisschen nobler ist, die haben natürlich die Möglichkeit zum Abholen oder Liefern sich um- und einzustellen. Ja, trotzdem auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der dann trotzdem dann dahin geht und sich das dann einmal auch da mal holt. Ist ja klar, man geht ja nicht jede Woche in ein Restaurant und zieht sich da ein leckeres Essen rein. Ja, trotzdem vielleicht mal den ein oder anderen lokalen Laden ein bisschen zu unterstützen. Warum fährt der so nah auf hinter mir? Mag ich schon gar nicht. Also alle Freizeitaktivitäten irgendwie, so wie Kinos und so, all so ein Bums. Bums, 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 Bums! Fitnessstudios werden wieder geschlossen haben, obwohl du da für dich selbst trainierst. Also was ich richtig abartig finde, dass Bundesliga und Fußball, die dürfen alle weiterhin spielen. Warum dürfen die weiterhin spielen? Nur weil die Millionen verdienen im Jahr? Also da merkt man wieder die Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft, das darf doch nicht wahr sein. Kleine Kinder, die, sag ich mal, in der Nachbarschaft sowieso immer zusammenhocken, dürfen draußen nicht mehr Fußball spielen, weil sie vielleicht aus drei Haushalten kommen und nicht aus zwei. Aber die Fußballspieler, die dürfen alle zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt es doch gar nicht. Wo sind wir denn hier? So etwas gibt es nur in verkackten Deutschland mittlerweile. Ehrlich, ich könnte mich so aufregen. Ich habe ja die ganzen, ich sag mal, das ganze Jahr über, seitdem ich jetzt YouTube mache, habe ich quasi nicht einmal ein Wort darüber verloren. Aber jetzt geht mir das so was von auf den Sack. Ist halt die Frage, inwiefern Corona tatsächlich gefährlich ist. Es gibt ja dann natürlich die eine Seite, die sagt, Corona ist gefährlich, Corona ist lebensgefährlich und ja, weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob ich daran glaube oder nicht. Ich weiß auch, dass eine Grippe oder auch der Influenza-Grippen-Virus sehr gefährlich sein kann, aber nicht muss. Mal frage ich mich, warum können wir uns nicht anpassen und die nächste Zeit auch einfach lernen, mit Corona umzugehen und zu leben. Denn so ist jetzt meine persönliche Meinung, ob das richtig ist. Ich sehe es auch eher so. Klar, Corona irgendwo, weil das jetzt gerade neu ist, muss man schon ein bisschen mit einem kritischen Auge beobachten. Aber man muss hier nicht, Hals über Kopf, die Wirtschaft komplett kaputt fahren. Das Einzige, was hier in Deutschland bekämpfen wird, sind die kleinen Leute. Es wird ganz viele neue Arbeitslose geben. Es werden viele Betriebe kaputt gehen. Und die möchte gerne helfen, die da versprochen werden. Die werden nicht helfen. Das wird nur den wenigsten helfen, aber nicht allen. Wir sind alle davon betroffen. Und das finde ich verantwortungslos. Ja, ich finde das alles irgendwie ein bisschen traurig, wie sich das alles hier in Deutschland entwickelt. Ich weiß nicht, ob das immer schon war, dass man sich immer so aufgeregt hat. Irgendwie so erst die letzten, ich sag mal fünf Jahre, habe ich so angefangen, so ein bisschen so die Politik zu verfolgen. Ist das auch nicht sehr intensiv? Ich habe jetzt keinen Bock da andauert, immer irgendwas in den Nachrichten zu lesen oder den scheiß Fernseher anzumachen. Ja, war das irgend so ein CDU-Eierkopf? War das so? Von CDU einer? Er sagt ja, es müssen auch jetzt die privaten Haushalte an den Haustüren kontrolliert werden. Ja, Junge. Komm mal gerne zu mir ran, dann zeige ich dir, was ich bei dir kontrolliere. Warum denn nur diese Gewalt? Weil sie Denkfähigkeit erhöht. Ich bin auch dafür, na klar, dass man an der Pandemie arbeitet und die auch eindämpft. Und ich kann auch verstehen, dass man Freizeitaktivitäten und Konzerte, wo Menschenmassen wirklich auf einem Fleck sind, dass man das jetzt so ein bisschen mal runterfährt oder auch mal wirklich zwei, drei, vier Wochen killt. Das kann ich verstehen. Aber alles andere irgendwo nicht. Dass ein Friseur aufhaben darf, wo der mir, wenn ich mich zum Beispiel rasieren lasse, mit seinem Atem schon fast meinen Nippel im Mund berührt, weißt du? So nah kommt er mir, weil er da gucken muss. Aber wie ich ja eben schon sagte, so wie Tätowierer und die ganze Gastronomie, wo du eigentlich ganz wenig Kontakt, also ganz nahen Kontakt mit deinen Kunden hast. Und immer wenn ich jetzt mit meiner Frau irgendwo im Restaurant war, das ganze Jahr über auch an der Nordsee oder so, die Kellner haben immer Masken aufgehabt. Die haben dich, also überall, wo wir waren, wurden wir immer darauf hingewiesen. Und manchmal vergisst man das ja auch. So, wenn man sich dann auch direkt dann daran hält und dann Maske aufzieht und all so ein Kram bis zum Tisch. Alles ist wunderbar. So, und da ist auch so wenig mal passiert. Ich würde schon fast sagen, dass das prozentual gar nicht zählbar ist, gehe ich mal von aus. Festnageln will ich mich darauf jetzt auch nicht, aber finde ich das eine absolute Schweinerei. Und was machen die Politiker? Sitzen dann da mit so und so vielen Leuten auf einem Fleck. Die wenigsten haben eine Maske an, im Flugzeug ohne Maske. Und, ne, aber wir dürfen gar nichts mehr. Also, ganz ehrlich, da kann man noch gar nicht mehr für voll nehmen, die Leute. Aber ich finde es traurig, wie wir behandelt werden. Und, äh, dass da einfach Leute drüber entscheiden, die noch nicht mal zinötige Schulbildung dafür haben. Finde ich ja noch die Oberhärte. Aber, ja gut, es ist nun mal so, wie es ist. Es gibt halt viele Leute, die halt nie die passende Schul- oder Ausbildung für den Beruf haben, den sie gerade ausführen. Was nicht bedeutet, dass sie den Beruf dadurch schlechter machen. Weil vieles kann man sich auch einfach aneignen. Ist nun mal so, ist an vielen Berufen so. Nur irgendwie in der Politik nicht. Da funktioniert das vorne und hinten nicht. Definitiv nein. Naja, egal. Genug von Politik. Mein Appell an euch, guckt, dass ihr euch irgendwie daran haltet. Ich meine, für mich ist das auch ein scheiß Jahr gewesen. Jetzt auch schon seit Anfang des Jahres durch Corona. Die ganze Motorradclub-Szene, die ist sowas von runtergefahren. Es finden keine Party statt. Wirklich, ne, wir haben, wir sind einmal rausgefahren. Also eine Motorradtour, eine kleine. Ansonsten, die, die noch Arbeit haben, Die müssen jetzt mehr arbeiten. Ja, schon allein dadurch kommt dann halt viel nicht mehr zustande. Weil wir natürlich, Alter, hab ich schon, Wir fangen ja die ganze Wirtschaft, die noch übrig ist, auf. Alles ist runtergefahren. Irgendwie schon das ganze Jahr. Alles irgendwie ganz komisch. Für mich ist es so ein komisches Jahr. Zwei Todesfälle in der Familie. Dann kommt Corona. Dann, ja, Ostern war eine scheiß Zeit, wegen Corona. Du durftest, ich glaub, da war das auch nur so mit zwei Haushalten, so und so viele Leute und so. Ja, wenn ich dann schon, ich hab ja noch eine Schwester. Und wenn ich dann zu meinen Eltern will, dann sind wir auch schon drei Haushalte. Das ist doch, das geht doch, Leute, ey. Ja, hier werden Familien auseinandergerissen, sozusagen. Das darf auch nicht sein. Andersrum, wenn du dann so eine Großfamilie hast. Ich sag jetzt mal, der Kern der Familie ist beisammen. Und die fahren dann wieder nach Hause. Und die sind überall, ich sag mal, ich sag jetzt mal, in einem großen Kreis verstreut. Und haben da dann immer noch Kontakt auch zu anderen. Ja, und so geht das immer weiter. Ja, das ist irgendwie so ein Für und Gegen, meine ganze Meinung dazu. Weil ich jetzt, was ich auch ganz ehrlich nicht verstehen kann. Wann kam das denn jetzt raus? Ja, Mittwoch war das, ne? Mittwoch hat sich doch Tante Merkel da mit Videokonferenz, hat die Mutti sich doch da beraten. Und dann kamen doch die neuen Regelungen. Ab Montag, den 2.11. sollen dann diese Regelungen in Kraft treten. Warum denn ab Montag? Ist ab Montag irgendwie, hat der Virus dann eine Mutation? Wissen die das schon? Oder, also, das ist auch etwas, was ich nicht verstehen kann. Dann habe ich mich mit Arbeitskollegen darüber unterhalten. Dann sagte auch einer, ja, die müssen ja auch zum Beispiel den ganzen Betrieben, die davon betroffen sind, auch Zeit geben, das mit den Mitarbeitern und alles irgendwie zu organisieren. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Angeblich sollen ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber der finanzielle Verlust bis zu so und so viel Prozent ausgeglichen werden. Und ich finde, wenn die Pandemie doch so schlimm sein soll, dann muss doch von heute auf morgen eine Entscheidung treffen und die muss dann wirksam sein. Wenn die doch so schlimm ist, dann können doch jetzt von, also heute ist Freitag, vor zwei Tagen hatten wir Mittwoch, also von Mittwoch bis Montag, so viele Leute daran sterben. Einfach nur, weil Mutti Merkel sagt, oh nee, dort ist erst am Montag schlimm, der Virus. Oder, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum das so ist. Ja, ich rede mir gerade so ein bisschen in Frust von der Seele, sozusagen. Ja, ich musste ja auch einmal Corona-Tests jetzt machen, vor kurz. Ja, bei mir auf der Arbeit ist das halt irgendwie komplett, als wenn das so eine Blase ist. Die Hilfenkings, die Kuppel, wir sind da drin, alles drumherum geht kaputt und wir sind da drin. Ja, nee, und dann waren halt, waren ein paar Arbeitskollegen, haben wohl große Hochzeit irgendwie was gefeiert. Ja, und dann, schon eine Woche später, wurden die dann getestet. Da positiv, da positiv und dann wurden die getestet. Wir hatten alle irgendwo Kontakt mit denen und dann tritt ja diese absolut oberbehinderte Regel in Kraft. Nur wenn man ab 15 Minuten ohne Maske mit allem zusammen verbracht hat. Ja, genau. Merkel sagt, erst ab Montag, das sind die neuen Regeln in Kraft. Ja, genau, der Virus wartet bis Montag. Wenn ich mich jetzt so zerhalte, ohne Maske, ja, das Virus, das wartet 15 Minuten, vorher fühlt er sich nicht wohl. Dann ist er nicht geil, dann ist er nicht happy, vorher springt er nicht über oder wie sieht das aus? Schwachsinn! So, und genau das war nämlich das Thema. Genau deswegen wurden die wenigsten bei uns getestet. Ich war Gott sei Dank negativ, aber ich hatte auch keine Angst davor, positiv zu sein, weil ich habe auch keine Angst vor Grippe oder andere Seuchen. Was soll denn passieren? Da werde ich ein bisschen krank, wenn ich Pech habe und gut ist, ich habe keine Vorerkrankung, nichts. Andersrum, es soll ja auch Leute in meinem Alter oder in unserem Alter und jünger geben, wahrscheinlich auch vielleicht 18 oder was weiß ich, die nie irgendwas haben, die nicht krank sind und kriegen dann Corona und sollen angeblich gestorben sein. Es wäre möglich, ich will da ja gar nicht abstreiten. Aber genau das passiert auch mit Influenza, also auch anderen grippeähnlichen Krankheiten. Ich hoffe nur, dass die meisten überleben. Ich habe aber schon direkt an dem Mittwoch oder Donnerstag früh bei Google Nachrichten, hier guckt man ja auch Nachrichten aus dem Umkreis hier. Und dann hat mich da natürlich interessiert, wie dann Rheinberg und Mörs und Xanten, wie die reagieren. Und ich meine, dass irgendwie hier aus dem Umkreis, die haben schon direkt gesagt, die lassen, also Gastronomiebetriebe, die lassen bis Ende des Jahres ihre Pachten auslaufen, weil die jetzt schon genau wissen, einen zweiten Lockdown verkraften die nicht. Und mit dem, was angeblich vom Staat dann als Hilfe kommen soll, der sowieso Monate zu spät kommt, können die nicht überleben. Das wissen die jetzt schon. Der Erste hat die so stark geschadet und müssen dann, ich meine, dass das fünf Stück waren. Ich habe das bei Google gelesen. Kneipen müssen auch dicht machen. Ja, oder diese ganzen Straßen, wo dann Bar an Bar ist und Kneipen und Discos. Die durften ja dann nur noch bis so und so viel Uhr aufhaben, weil dann gab es eine Sperrstunde und ab so und so viel Uhr gab es keine Alkohol mehr. Ja, ich kann mich doch auch mittags um ein Uhr komplett volllaufen lassen und mich anstecken. Was hat denn die Uhrzeit damit zu tun? Das ist auch wieder, das ist, also, ja genau. Hey, ich bin Corona von nebenan. Wenn du dich mittags besäufst, dann passiert ja gar nichts. Besäufst du dich um 23 Uhr, dann bin ich geil. Dann komme ich, dann mache ich die fertig. So oder wie oder was? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich bin mal gespannt, wie euch das Halloween-Video gefallen hat. Ich denke mal, dass ich jetzt dieses Video wahrscheinlich dann am Sonntag hochladen werde, weil das doch echt extrem aktuell ist. Aber ich habe noch was Aktuelles und auch etwas Schönes aus Rheinberg. Das habe ich auch gelesen, dass sich in Rheinberg, da soll eine Straße mit Krippen geschmückt werden. Also Schaufensterkrippen. In Schaufenster sollen Krippen aufgestellt werden. Gerade jetzt, also zur Weihnachtszeit. Und ich finde das eine klasse Sache, weil es fällt ja so viel aus. Und man darf ja trotzdem dann noch mit seinem Haushalt rausgehen und spazieren gehen. Und dann hat man wenigstens ein bisschen weihnachtliche Stimmung dann in Zukunft. Ich hoffe ja, dass da viel zusammenkommt. Und ich habe jetzt leider keine Krippe übrig oder überhaupt eine Krippe. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Wahrscheinlich, ja, werdet ihr das bei mir auf jeden Fall dann sehen in einem Video, wenn dann alles soweit ist. Ich habe ja auch jetzt gestern bei dem Halloween-Video gesagt. Ich hoffe, ich hoffe ja mal, dass ihr mich echt verstehen konntet. Ich habe jetzt ja natürlich wieder meinen guten Helm auf mit dem Sena-System drin und alles. Und ich hatte ja für den anderen Helm, den ich ja in Eigenregie quasi umlackiert habe, habe ich ja erzählt, wie ich da alles gemacht habe. Da war natürlich kein gutes Mikrofon drin. Ich hatte auch nichts anderes zur Verfügung. Und ich hatte keine Lust jetzt, meinen guten Helm auseinander zu pflücken. Für ein Video alles umzubauen und dann wieder zurückzurüsten. Und vor allen Dingen einen Helm, den ich wahrscheinlich danach nicht mehr tragen werde. Obwohl, es kommt ja auf jeden Fall auch ein Weihnachtsvideo und vielleicht brauche ich den dann nochmal. Aber vielleicht überlege ich mir bis dahin, das sind ja noch ein paar Wochen, mir wirklich für die GoPro einen Media-Mod zu holen. Und daran kann ich dann ein richtiges Mikrofon auch anschließen. Und dann kann ich dann direkt den Ton in die GoPro reinsprechen, sozusagen. Da muss ich mal schauen, weil ich finde einen Media-Mod da 90 Euro schon extrem teuer für so einen Scheiß. Und dann braucht es ja noch ein Mikrofon. Ich hoffe auch, dass sich einige auf den Weg gemacht haben zu Halloween. Von Tür zu Tür gegangen sind mit Kostümen und alles. Lasst euch das nicht nehmen. Ist auch ja auch nicht verboten, solange ihr halt die Ansammlung von Personen nicht überschreitet und die Haushalte nicht überschreitet. Denn ich finde nicht, dass man aufhören sollte, deswegen jetzt zu leben. Deswegen bin ich mal gespannt auf eure Resonanz zu meinem Halloween-Video. Irgendwie hat der schlechte Ton, so jetzt, wo ich das auch bearbeitet habe, am Anfang dachte ich mir, boah, kacke, was machst du jetzt? Nimmst du das vielleicht neu auf und so? Und ja, da war ich hin und her gerissen. Und dann dachte ich mir, aber dann musst du den ganzen Scheiß umbauen. Oder du musst halt mit deinem Helm jetzt... Ich hätte auch mit dem Helm fahren können. Und irgendwie... Ja, auch... Jetzt haben einige Sachen nicht so funktioniert. Oder ist dann nicht so eingetreten, wie ich mir das geplant hatte. Aber das ist ja meistens so. Aber ich hoffe ja trotzdem, dass ich da was Schönes vor euch zusammengeschustert habe. Was soll das denn jetzt? Ja, fahr doch... Was soll das denn? Ich finde, den Spot hier... Hier fahre ich so oft und so gerne einfach hin, um hier abzuschalten. Boah, echt wunderschön. Ich mag den Rhein total. Etwas weiter rechts haben wir die NATO-Rampe. Da ist auch mal viel los. Viele Angler sind dann da unterwegs. Früher sind wir da mit den Autos schon mal runtergefahren, weil du kannst fast wirklich bis ans Wasser fahren. So wie hier fast. Und... Ja, ist richtig cool, wenn du dann direkt am Wasser bist, ne? Oh! Habt ihr gesehen? Ein Kanickelhase, irgendwie so ein Teil. Der war gar nicht mal so klein. Wenn ich da... Wäre der vor meinen Vorderreifen gerannt wäre, dann hätte ich aber gelegen in der Kurve. Was Gute ist... Ich kann trotz alledem immer noch Videos für euch machen. Motorrad fahren und alles. Achso! Kleine, äh... Kleine Werbung am Rande. Du darfst doch zuhören, was ich mir was sage! Edeka Orsäu mittwochs. Also wahrscheinlich für die Fußballfans unter euch und wahrscheinlich auch nur die Älteren. Dietmar Schacht, früher bei MSV gespielt und bei Schalke. War Trainer auch in SV Strahlen für eine ganz kurze Zeit. Der hat so eine kleine Currywurstbude, so eine mobile. Und der ist mittwochs, meistens mittwochs immer hier bei Edeka. Und ich kann euch sagen, so eine leckere, geile Currywurst. Oh, schön hier mit den Kürbissen. Oh, geil! Dann... Äh... Jetzt langsam wird mir ein bisschen kalt. Ah, kalt jetzt nicht, aber ist mir doch ein bisschen zu frisch. Ich merke es an der Nase, die wird... Also die schließt sich schon gerade so ein bisschen. Und, ähm, dann... Ich gehe jetzt in meinen YouTube-Keller. Kann man ja schon fast so sagen. Und schneid jetzt das Video für Sonntag. Also damit ihr das Sonntag sehen könnt. Ich hoffe, ihr habt... Für mich ist es morgen. Für euch ist es gestern. Halloween einen schönen Tag. Noch sind die Maßnahmen ja nicht. Nutzt es mit Vernunft aus, was noch möglich ist. Und... Ich hoffe, das Video... Hat ein bisschen Spaß gemacht. Oder hat euch gefallen. Und ich hoffe, das heutige... Na gut, das heutige ist ja ein bisschen ernster. Und, äh, wir sehen uns dann die nächsten Tage irgendwann wieder. Und, äh... Dann sag ich mal... Ja, haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020